Das Notebook Samsung R780 Hero wird mit Windows 7 Home Premium in 64-Bit ausgeliefert. Das spiegelnde 17,3 Zoll große LED-Display stellt 1600 zu 900 Pixel dar. Das Gerät bietet die wichtigsten Schnittstellen. Zusätzlich sind unter anderem HDMI, ein ExpressCard 34 Steckplatz und E-SATA verbaut. An drahtlosen Schnittstellen ist WLAN nach Standard N sowie Bluetooth vorhanden. Die Tastatur hat einen separaten vierspaltigen Ziffernblock. Der Multiformat-DVD-Brenner liest und schreibt DVDs und CDs, Blu-ray-Medien kann er nicht wiedergeben. Laut Hersteller hält der Akku bis zu 4 Stunden. Samsung verbaut den Intel Core i5-520M. Die CPU taktet mit 2,4 GHz. Die Festplatte ist 500 GB, der Arbeitsspeicher 4 GB groß. Als Grafikchip verwendet Samsung den Nvidia GeForce GT 330M mit einem Gigabyte-Videospeicher. den den die die Vielen Dank.